Ecke! Ecke! Nicht aufregen, Jungs! Alles gut! Alles gut! So gewollt! Ja! Spiel! 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 Es gibt keine Offside, Hubi! Es gibt keine Offside! Ja! 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 Hubi, sag ja! Das war so geplant, der Eckball! Jonas hat geklappt! Also Hubi, lass mich erklären! Der Eckball ist so geplant gewesen! Er ist nachher an der Grundlinie gestanden und wir haben alle führersäcklen können, Gott! Das war kein Offside, Hubi! Das ist ein Glitch! Wenn sie frei stunden... Das Beste ist ja... Es hat die 10. Liga bei 5 Spielen nicht geklappt und das erste Spiel in Liga 2 Nein! Es klappt nicht! Die Liga 10 haben den Ball alle zum Goalie gespielt, dann geht's nicht! Aber wenn sie ihn so führersäcklen, ist es sicher das Goal! Ja, wenn sie ihn führersäcklen, dann freust du das schon! dann freust du das schon! Ja, wenn sie ihn führersäcklen, dann freust du das schon! Eben, bis jetzt in allen Spielen haben sie ihn zum Goalie zurückgespielt! Dann können sie es hinten raus spielen und alles ist gut! Aber wenn sie so wie jetzt der Gegner führerkicken, dann ist es unser Ball! Keine Ahnung! Das ist im Griff! Das ist ein Bug! Das ist ein Bug! Es sind alle vorne aufgerückt und so wie es aussieht, kommt der Ball immer zu unserem Gegner Also auch wenn du als Verteidiger dort voll aufziehst, der Ball kommt zu uns!